Ja hallo, hier sind wieder eure Buchwichte. Wir haben hier ein ganz tolles, schönes, neues Buch für euch, was wir euch mal vorstellen wollen. Und zwar ist das die Anne Fleck, die kennt ihr glaube ich alle von den Ernährungs-Docs. Sie hat jetzt ein neues Buch rausgebracht, Energy, der neue Weg aus dem Müdigkeitslabyrinth. Das halten wir für einen super wichtigen, tollen Titel. Da war jetzt auch gerade im Fernsehen von ihr besprochen worden. Da gibt es also ein 30-Tage-Selbsthilfeprogramm, wie man sein Immunsystem stärkt, Entzündungen heilt und richtig entgiftet. Ja, wir finden das Buch ganz super toll und würden euch das sehr ans Herz legen. Ihr bekommt es bei uns bei den Buchwichteln, meldet euch bei uns, wenn ihr Interesse habt. Wir freuen uns. Macht's gut und liebe Grüße von Buchwichtel Hilde.